Exoda-Blog Wissen, der Podcast der Was Weiß 3. Reich? War Ernst Röhm offen bekennender Homosexueller? Was ist noch bekannt? Ernst Röhm war eine entscheidende Figur innerhalb der Struktur des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland, besonders bekannt als führender Offizier der Sturmabteilung, kurz SA genannt. Die SA entstand in der frühen Phase der NSDAP und hatte das Ziel, die politische Macht der Nationalsozialisten zu sichern und ihre Gegner gewaltsam einzuschüchtern. Röhm, geboren 1887, trat 1919 der Deutschen Arbeiterpartei bei, die später in die NSDAP umbenannt wurde. Sein militärischer Hintergrund sowie sein charismatisches Auftreten verschafften ihm rasch Einfluss innerhalb der Partei und er stieg bald zum kommandierenden Führer der SA auf. Der Text ist bereits auf Deutsch verfasst. Hier ist er erneut. Unter Röhm erlebte die SA einen beispiellosen Aufstieg. Die Organisation wuchs schnell und wurde von der NSDAP als paramilitärischer Flügel genutzt, um die Straßen und politischen Versammlungen von Gegnern zu säubern und die nationalsozialistische Ideologie aggressiv zu propagieren. Röhm selbst war bekannt für seine radikalen Ansichten und seine Bereitschaft, Gewalt als Mittel zur Durchsetzung der politischen Ziele einzusetzen. Die SA wurde unter seiner Führung zur größten paramilitärischen Organisation in Deutschland und gewann Hunderttausende von Mitgliedern, die bereit waren, für die nationalsozialistische Sache zu kämpfen. Röhm's Einfluss und Macht stellten sich jedoch irgendwann als problematisch für Adolf Hitler heraus. Hitlers ursprüngliche Unterstützung für Röhm hielt allerdings nicht lange, da die SA in der Zeit bis zur Machtergreifung 1933 zunehmend unkontrollierbar und eine potentielle Bedrohung für Hitlers eigene Machtbasis wurde. Röhm strebte eine Revolution an, um die Armee zu reformieren und die SA zum dominierenden militärischen Organ in Deutschland zu machen. Dies führte zu Spannungen mit der Reichswehr, die unter dem Kommando von General von Schleicher stand und eine konventionelle militärische Struktur aufrechterhalten wollte. Hitler und Röhm standen im Konflikt darüber, wie der zukünftige Kurs Deutschlands aussehen sollte. Und während Röhm in den ersten Jahren des Regimes an Macht gewann, änderten sich die politischen Umstände schnell. Die sogenannte Nacht der Langen Messer? Im Juni 1934 war das entscheidende Ereignis, das Röhm und seine SA endgültig entmachtete. Unter dem Vorwand, einen angeblichen Putschversuch der SA zu vereiteln, ließ Hitler die SA-Führung verhaften und Röhm persönlich aus dem Weg räumen. Diese gewaltsame Eliminierung von Röhm stellte einen Wendepunkt in der NS-Politik dar, da sie die vollständige Kontrolle Hitlers über die Reichsregierung und die NS-DAP demonstrierte. Die Rolle Ernst Röhm's in der SA und seine anschließende Eliminierung sind wichtige Aspekte zur Analyse der inneren Machtkämpfe innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung. Röhm wurde posthum als einer der ersten Märtyrer des NS-Regimes stilisiert. Doch seine gewalttätigen Methoden und seine Ambitionen sind Beispiele für die brutalen und zynischen Strategien, die verwendet wurden, um die Macht im nationalsozialistischen Deutschland zu konsolidieren. Röhm's Geschichte ist daher nicht nur die Geschichte eines Mannes, sondern auch ein Beispiel für die Gefahren von Extremismus und der Sehnsucht nach Macht, die die politischen Landschaften jener Zeit entscheidend prägten. Die Sexualität von Ernst Röhm war ein Aspekt seiner Persönlichkeit, der in der von ihm gelebten Zeit sowohl faszinierende als auch skandalöse Interpretationen hervorrief. Röhm lebte in einer Epoche und einem kulturellen Kontext, in dem Homosexualität nicht nur gesellschaftlich stigmatisiert war, sondern auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen konnte. Seine homosexuellen Neigungen waren in Berlin der Weimarer Republik und in der zunehmend repressiven Atmosphäre des nationalsozialistischen Regimes bekannt, was dazu führte, dass er häufig als provokante Figur wahrgenommen wurde. Viele Berichte und biografische Darstellungen blicken auf Röhm nicht nur als auf eine bedeutende Führungspersönlichkeit innerhalb der SA, sondern auch als auf einen Mann, dessen Sexualität seinen politischen Werdegang beeinflusste. Während der Jahre der Weimarer Republik war die Gesellschaft in Deutschland zunehmend liberaler geworden und eine gewisse Toleranz gegenüber alternativen Lebensweisen war erkennbar. Berlin wurde zu einem Zentrum für homosexuelle Kultur und Jahrzehnten der Repression schien ein vorübergehendes Ende zu finden. In diesem Kontext nahm Röhm eine herausragende Position ein und seine Offenheit über seine Homosexualität war für viele Zeitgenossen skandalös. Röhm lebte eigensinnig und ergriff möglicherweise aufgrund seines persönlichen Lebensstils verschiedene Freiheiten, die in der politischen Arena ihrer Zeit nicht oft gesehen wurden. Seine Homosexualität bedeutete, in einer der anstößigsten Weisen gegen die Geschlechternormen zu verstoßen und trotz seines rhetorischen Feuers gab es in seinem Leben einen klaren Widerspruch zwischen seiner öffentlichen Persona und seinem privaten Leben. Mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten und der anschließenden Machtübernahme durch Hitler 1933 änderte sich die öffentliche Wahrnehmung von Homosexualität dramatisch. Die NSDAP war extrem homophob und propagierte ein patriarchalisches Ideal, das die Vorstellung von Männlichkeit schürte, während homosexuelle Männer an den Rand gedrängt wurden. Für Röhm, der jetzt an der Spitze des mächtigen SA stand, wurde seine sexuelle Identität zu einem potenziellen Ziel des Regimes. Während die SA anfangs Rückhalt fand, verschärfte sich unter den sich ändernden politischen Gegebenheiten die Verfolgung von Homosexuellen dramatisch. Röhm wurde zum Symbol dieser schmerzhaften Widersprüche. Er war einer der mächtigsten Männer im nationalsozialistischen Deutschland und zugleich jemand, dessen sexuelle Orientierung ihm zum Verhängnis werden könnte. Die brutale Niederschlagung der SA während der Nacht der Langen Messer 1934 war nicht nur ein Machtspiel innerhalb der nationalsozialistischen Hierarchie. Röhm wurde wegen verschiedener Vorwürfe verhaftet, wobei ihm seine Homosexualität eine zentrale Rolle spielte. In den Augen der Nazis wurde er durch sein sexuelles Verhalten als enttatet angesehen, was seine politische Relevanz unterminierte. Die Homophobie des NS-Regimes führte dazu, dass Röhm trotz seiner persönlichen Nähe zu Hitler schließlich als Bedrohung wahrgenommen wurde. Hat er sich im Kreise der Führungsriege des Regimes noch bewegen können, war der Moment von Röhm's Sturz auch das Ende einer Ära für homosexuelle Männer in Deutschland, die in ihrer Freiheit eingeschränkt und verfolgt wurden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sexualität von Ernst Röhm sowohl ein persönliches Merkmal als auch eine politische Brisanz darstellt. Er verkörperte eine Zeit, in der Homosexualität eine ambivalente Rolle spielte und durch die Widersprüche zwischen seiner politischen und seiner sexuellen Identität zeigte sich ein tiefgreifendes Spannungsfeld. Die Ablehnung, die er letztlich durch das Regime erfuhr, unterstreicht die rücksichtslosen Dynamiken der Macht und Ideologie, die die Realität für viele Homosexuelle in dieser düsteren Epoche prägten. Röhm's Leben und sein tragisches Schicksal erinnern daran, wie persönliche Identität und politische Ideologie untrennbar miteinander verwoben sein können. Ernst Röhm, eine der umstrittensten Figuren der frühen Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, NSDAP, war dafür bekannt, in bestimmten Kreisen offen über seine homosexuellen Beziehungen zu prahlen. In den Anfangsphasen der NSDAP in den 1920er Jahren, als die Bewegung noch in ihren Kinderschuhen steckte und Röhm eine zentrale Rolle in der Sturmabteilung SA spielte, war seine Sexualität sowohl ein Markenzeichen seines Charakters als auch ein Politikum. In einem Umfeld, das von einem Aufbruch in neue Ideale und gleichzeitig intensiver politischer Rivalität geprägt war, schien der SA-Führer oft das Bedürfnis zu verspüren, seine Vorlieben offen auszuleben und zu zelebrieren. Röhm's Prahlerei über seine homosexuellen Erlebnisse war in einer Zeit bemerkenswert, in der die Gesellschaft von einer sehr ambivalenten Haltung gegenüber Homosexualität geprägt war. Während die Weimarer Republik einige Fortschritte in der Toleranz und Achtsamkeit gegenüber alternativen Lebensstilen erlebte, war die Akzeptanz von Homosexualität in den politischen Kreisen der radikalen Rechten, zu denen auch die NSDAP gehörte, limitiert und oft heuchlerisch. Trotzdem schien es in den frühen Jahren der NSDAP einige Freiräume zu geben, in denen Röhm seine Sexualität als Teil seiner Männlichkeit und seines Machtanspruchs inszenieren konnte. Diese Präsentation entsprach nicht nur seinem individuellen Charakter, sondern passte auch in eine Gesamtatmosphäre von Männlichkeit, die in der SA zelebriert wurde. Die SA war als paramilitärischer Flügel der NSDAP dafür bekannt, Männer zur Verteidigung der nationalsozialistischen Ideologie zu mobilisieren. Und Röhm, der als Führer dieser Organisation wirkte, verstand es, die Dynamik von Stärke und Macht zu seinem Vorteil zu nutzen. In seinen Kreisen war seine Homosexualität nicht nur ein persönliches Merkmal, sondern wurde in manchen Momenten auch als Verringerung des Stigmas betrachtet, was ihm möglicherweise half, enge Bande mit anderen Männern in der Bewegung zu schmieden. Röhm stellte durch seine Offenheit die Konventionen in Frage und bot seinen Anhängern eine gewisse Form von Freizügigkeit an, während er gleichzeitig die Vorstellung von Macht und Männlichkeit neu definierte. Mit dem Aufstieg Hitlers zur Macht und der Konsolidierung des nationalsozialistischen Regimes änderte sich jedoch die öffentliche Wahrnehmung der Homosexualität diametral. Die einst so liberale Haltung, die sich in den ersten Jahren der NSDAP in bestimmten Kreisen zeigte, verwandelte sich allmählich in eine repressive Verfolgung. Dies führte dazu, dass Röhm's anfängliche Offenheit über seine Beziehungen in den späteren Jahren zu einem potenziellen Risiko wurde. Der Widerspruch zwischen Röhm's selbstbewusster Darstellung seiner Sexualität und der homophoben Ideologie, die innerhalb der NSDAP aufkam, setzte ihn in eine prekäre Lage. Trotz seiner frühzeitigen Prahlerei wurde seine Homosexualität mit der Zeit zu einem gefährlichen Geheimnis, das nicht nur seinen Einfluss auf die Bewegung gefährdete, sondern schließlich auch sein Leben. Röhm's Schicksal illustriert damit eine der großen ironischen Wendungen in der Geschichte des Nationalsozialismus. Jemand, der so sehr im Bild einer machistischen und heteronormativen Ära lebte, sah sich selbst als Bedrohung, als das Regime zunehmend homophob wurde. Seine treuen Dienste für die Bewegung und sein offenes Bekenntnis zu seiner Sexualität standen schließlich auf dem Spiel, als die Nacht der langen Messer 1934 seine Machtposition beendete. Seine Prahlerei, die einst als Symbol einer gewissen Anarchie innerhalb der SA angesehen wurde, wurde ihm zum Verhängnis und die Widersprüche zwischen öffentlicher Lebensweise und privater Identität führten zu einem tragischen Ende. Insgesamt bietet Röhm ein faszinierendes und komplexes Porträt eines Mannes, der sowohl die Vorzüge als auch die Schwächen seines Charakters und die schrecklichen Widersprüche seiner Zeit verkörpert. Seine Beziehung zu seiner eigenen Sexualität und die Art und Weise, wie er diese in einem politisch aufgeladenen Umfeld zum Ausdruck brachte, zeigen, wie tief die menschliche Identität und die gesellschaftlichen Normen miteinander verflochten sind und wie schnell diese Dynamik kippen kann, je nach politischem Klima. Ernst Röhm, eine schillernde Figur der nationalsozialistischen Bewegung, verkörpert die Ambivalenz und Komplexität, die viele Aspekte der politischen Landschaft Deutschlands in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen prägten. Trotz seiner offenen Homosexualität war Röhm eine zentrale Figur in der Machtergreifung der Nationalsozialisten, die die Frage nach der Vereinbarkeit seiner Sexualität mit dem nationalsozialistischen Ideal von Männlichkeit und Heteronormativität aufwarf. Dies führt zu einer tiefen Analyse seiner Rolle, die im Spannungsfeld von persönlicher Identität und politischem Einfluss steht. In der Zeit der Weimarer Republik war die gesellschaftliche Akzeptanz von Homosexualität in bestimmten liberalen Kreisen etwas höher. Doch Ernst Röhm betrat mit seiner offenen Prahlerei einen gefährlichen Raum. Dieser Raum war geprägt von einer hypermaskulinen Kultur, die sich in der SA manifestierte. Einer paramilitärischen Organisation, die nicht nur zur gewaltsamen Durchsetzung der nationalsozialistischen Ideale diente, sondern auch als ein Ort, an dem Männlichkeit und Stärke zelebriert wurden. Hier war Röhm als Führer der SA eine zentrale Figur, die maßgeblich zur Konsolidierung der Streitkräfte und zur Erhöhung der Gewaltbereitschaft innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung beitrug. Seine Fähigkeit, loyale Gefolgsleute um sich zu scharen und andere in dieser aggressiven Militanz mitzureißen, verdeutlichte seinen Einfluss. Röhm's praktische Umsetzung dieser Männlichkeitsideale fand ihren Ausdruck in gewaltsamen Auseinandersetzungen gegen politische Gegner und in der brutalen Bekämpfung der politischen Linken. In diesem Kontext wurde seine Homosexualität oft übersehen oder als sekundär betrachtet, solange er seinen Dienst an der NSD abtat und seine Loyalität zur Bewegung unter Beweis stellte. Die SA diente nicht nur als Werkzeug zur Unterstützung der nationalsozialistischen Machtergreifung, sondern auch als Plattform für Röhm, um seine eigene Macht und Autorität zu festigen. Seine hohe Position in der SA ermöglichte es ihm, einflussreiche Allianzen zu bilden und eine ansehnliche Gefolgschaft zu organisieren, die bereit war, für die nationalsozialistischen Ideen zu kämpfen. Allerdings war diese Macht auch eine zweischneidige Klinge. Mit dem Aufstieg Hitlers und der zunehmenden Konsolidierung der Macht innerhalb der NSDAP veränderten sich die Bedingungen, unter denen Röhm operierte. Hitlers Vision einer stark zentralisierten und disziplinären Parteistruktur stellte Röhm's ambivalente Position infrage. Während Röhm zu Beginn der Machtübernahme eine unterstützende Rolle spielte, empfand Hitler zunehmend, dass Röhm und seine SA mit ihrer gewaltsamen, oft anarchischen Vorgehensweise zur eigenen Legitimität und Stabilität der neu gegründeten nationalsozialistischen Regierung eine Gefahr darstellten. Diese Bedrohung wurde zum handfesten Konflikt, als Röhm versuchte, seine Position zu reaffirmieren und die SA zur dominierenden Kraft innerhalb des NS-Regimes zu machen. Röhm's Tragödie kulminierte in der Nacht der Langen Messer im Juni 1934, als er und viele seiner Anhänger durch ein brutal geführtes Säuberungsprogramm beseitigt wurden. Hitlers Elimination von Röhm und der SA war nicht nur ein Zeichen für den Machtkampf innerhalb der nationalsozialistischen Hierarchie, sondern auch eine klare Botschaft an die Öffentlichkeit über die unverzeihlichen Konsequenzen, die Homosexualität in einem solchen repressiven Regime haben konnte. Röhm, der einst eine zentrale Rolle in der NSDAP eingenommen hatte, wurde zum Opfer eines Systems, das keine Abweichungen von der normativen Erwartung tolerieren konnte. Schlussendlich ergibt sich aus Röhm's Leben ein tiefgreifendes Dilemma, das die Widersprüchlichkeit und Heuchelei innerhalb der nationalsozialistischen Ideologie offenbart. Während er als Teil des Mobs wirkungsvoll zur Machtergreifung beitrug, war seine sexuelle Orientierung immer ein gefährdetes Element, das letztendlich zu seiner Tragödie wurde. Dies wirft fundamentale Fragen auf über Macht, Identität und die Grenzen gesellschaftlicher Toleranz, Themen, die bis heute von Relevanz sind. Röhm bleibt in der Geschichtsschreibung nicht nur eine schillernde Figur, sondern auch ein Symbol für die oft brutalen Widersprüche, die in totalitären Regimen vorherrschen können. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 kam es zu einem dramatischen und radikalen Wandel in der Einstellung zur Homosexualität in Deutschland. In der Weimarer Republik hatten Homosexuelle eine vergleichsweise größere gesellschaftliche Anerkennung und Sichtbarkeit erfahren als in vielen anderen europäischen Ländern. Es gab eine fühlbare, wenn auch fragile Toleranz für LGBT-Personen, die es einigen erlaubte, offen ihre Sexualität zu leben. Diese Liberalisierung schien sich in einer Zeit des sozialen Wandels und der kulturellen Erneuerung zu manifestieren. Kulturelle Ikonen aus der LGBTQ-Community trugen zur Schaffung eines feierlichen, oft experimentellen Lebensstils bei, der in Kunst, Literatur und Theater Ausdruck fand. Soziokulturelle Strömungen ermöglichten eine gewisse Akzeptanz, doch die politische Landschaft war nicht unumstritten und die furchtbare Homophobie war lange im deutschen Erbe verwurzelt. Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten änderten sich die gesellschaftlichen Normen abrupt. Die ideologischen Grundlagen des NS-Regimes waren durch eine stark ausgeprägte Vorstellung von Männlichkeit, Rassismus und einem Denken der Ungleichheit geprägt. Das Bild des gesunden, stark heterosexuellen arischen Mannes wurde zum Ideal, welches die Nationalsozialisten propagierten, und gegenteilige Lebensentwürfe wurden nicht nur als unmoralisch, sondern als Bedrohung für die vermeintliche Reinheit des nordischen Volkes angesehen. Homosexualität wurde verfeindet und als eine Gefahr für die Streitkräfte und die gesellschaftlichen Normen betrachtet. Das NS-Regime sah in der Homosexualität eine Schwächung der nationalen Gemeinschaft und beschuldigte Homosexuelle allgemein, das traditionelle Familienmodell zu untergraben, das sie als Grundlage für die Züchtung einer arischen Rasse ansahen. In der Folge kam es zu einer systematischen Verfolgung von Homosexuellen, unterstützt durch den Paragrafen 175 des Strafgesetzbuches, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte. Bereits in den ersten Jahren der NS-Herrschaft wurde die Zahl der Verhaftungen von Homosexuellen erheblich erhöht. Das Regime führte staatlich geförderte Verhaftungswellen durch, wobei die SA und andere paramilitärische Organisationen an der Verfolgung beteiligt waren. Homosexuelle Männer wurden oftmals in Konzentrationslager geschickt, wo sie unter brutalsten Bedingungen leiden mussten. Es ist geschätzt, dass Tausende von Männern, viele von ihnen Schwule, aber auch andere als abweichend klassifizierte Personen als politische Gefangene oder wegen ihrer sexuellen Orientierung inhaftiert wurden. Die SA, die zu Beginn eine wichtige Stütze der nationalsozialistischen Bewegung war, war ebenso von den Verfolgungen betroffen. In den Reihen der SA gab es eine beträchtliche Anzahl von Homosexuellen, insbesondere in den frühen Jahren des Aufstiegs der Nationalsozialisten, als Ernst Röhm, der offen homosexuell war, eine Führungsrolle innehatte. Doch als sich die Macht innerhalb der NSDAP konsolidierte und Hitler seine Kontrolle über die Bewegung festigte, wurde die SA nicht nur als potenzielle Bedrohung für seine eigene Macht angesehen, sondern auch als Organisation, die nicht zu den starren Vorstellungen von Männlichkeit und Heteronormativität des Regimes passte. Die Verfolgung von Homosexuellen war somit nicht nur ein Akt der Gewalt, sondern auch ein Mittel zur Machtsicherung und zur Schaffung eines homogeneren Gesellschaftsgebildes. Die von den Nationalsozialisten betriebene Verfolgung kam nicht ohne gesellschaftliche Resonanz. Obwohl einige Teile der Gesellschaft in ihrer Abneigung gegen Homosexuelle fest verwurzelt waren, gab es auch Stimmen des Protests und der Solidarität aus verschiedenen Teilen der Bevölkerung. Dennoch fiel der Widerstand gegen den Nationalsozialismus und seine homophoben Maßnahmen häufig hinter die eigenen Ängste und Überlegungen zurück, was die Gesamtdynamik einer brutalen politischen Repression verstärkte. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Machtergreifung der Nationalsozialisten einen tiefen Einschnitt in die Geschichte der Homosexualität in Deutschland darstellt. Der Wechsel von einer Phase der relativen Toleranz zu einer systematischen Verfolgung und Unterdrückung schafft ein zeitgeschichtliches Muster, das nicht nur tiefgreifende Auswirkungen auf die homosexuelle Gemeinschaft hatte, sondern auch als Erinnerung dafür dient, wie fragil gesellschaftliche Toleranz und Freiheit sein können. Die Vernichtung derjenigen, die nicht in das strikte Weltbild der nationalsozialistischen Ideologie passten, verbirgt nicht nur die Schrecken eines Regimes, sondern beleuchtet auch die soziale Verantwortung einer Gesellschaft, die Vielfalt und Individualität allzu oft mit intoleranten und brutalen Maßnahmen bestrafte. In der Rückschau zeigt sich, dass die Preisgabe von Individuen aufgrund ihrer Sexualität nie nur eine persönliche Tragödie ist, sondern immer auch weitreichende Konsequenzen für die gesamte Gesellschaft hat. Ernst Röhm, der als einer der mächtigsten Männer innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung galt und eine zentrale Rolle bei der Machtergreifung der Nazis spielte, fand sein Ende während eines der schockierendsten und brutalsten Ereignisse der deutschen Geschichte. Der Nacht der Langen Messer im Juni 1934. Diese dramatische Nacht, die vom 30. Juni bis zum 1. Juli dauerte, war mehr als nur ein blutiger Machtkampf innerhalb der Führung der Nationalsozialisten. Sie stellte einen entscheidenden Wendepunkt in Hitlers Herrschaft dar und war eng verbunden mit Röhm und seiner sexuellen Orientierung. Röhm war nicht nur der Führer der Sturmabteilung SA, sondern auch eine schillernde Persönlichkeit, die in den Anfangsjahren der NSDAP entscheidend zum Aufbau der paramilitärischen Organisation beitrug und deren aggressiven Kurs gegen alle politischen Gegner vorantrieb. Dabei blieb er jedoch nicht unentdeckt in Bezug auf seine sexuelle Orientierung, die zur damaligen Zeit gesellschaftlich und politisch brisant war. Röhm lebte offen homosexuell und seine Beziehungen zu anderen Männern waren nicht nur ein Teil seiner Identität, sondern auch Gegenstand öffentlicher Spekulationen und Gerüchte. Auf der einen Seite hatte diese Offenheit ihn innerhalb bestimmter Kreise zu einer Art Symbol für die befreite Sexualität der Weimarer Jahre gemacht. Auf der anderen Seite wurde sie zu einer gefährlichen Schwäche in Bezug auf die aggressive Männlichkeits- und Heteronormativitätsideologie der Nationalsozialisten. In den frühen Jahren des Regimes wurde Röhm von Hitler lange Zeit als wertvoller Verbündeter angesehen, da die SA eine der wichtigsten Kräfte in der Durchsetzung der nationalsozialistischen Herrschaft darstellte. Doch je mehr der Einfluss der SA wuchs, desto mehr begann Hitler, sich vor den Ambitionen von Röhm und seiner Truppen zu fürchten. Die SA wurde nicht nur als brutale Straßenmacht angesehen, sondern auch als potenzielle Bedrohung für die Kontrolle der NSDAP über die Reichswehr, die in der politischen Hierarchie des Regimes eine Hauptrolle spielte. Einnahme und Machtsicherung waren die leitenden Prinzipien des Herangehens von Adolf Hitler. Und Röhm, der sich eine revolutionäre Umgestaltung des Militärs wünschte, wurde zu einem gefährlichen Rivalen. Die Nacht der langen Messer wurde unter dem Vorwand der Stabilisierung der militärischen Hierarchie und der Beseitigung von Rivalen inszeniert. Hitler nutzte diese Gelegenheit, um nicht nur die SA zu entwaffnen, sondern vor allem um Röhm zu eliminieren. Auf eine grausame und skrupellose Weise ließ er die SA-Führung, einschließlich Röhm, verhaften und hinrichten. Die vermeintlichen Vergehen, die für die brutalen Tötungen vorgebracht wurden, waren oft an den Haaren herbeigezogen. Doch eine Tatsache ließ sich nicht leugnen. Röms Homosexualität wurde sowohl innerhalb der NSDAP als auch in der breiteren Öffentlichkeit als ein Faktor angesehen, der sein Urteil und seine Loyalität in Frage stellte. Die nationalsozialistische Ideologie war von abscheulicher Homophobie geprägt, die Röhm in den Augen des Regimes zu einem potenziellen Sicherheitsrisiko machte. Sein Lebensstil passte nicht ins Bild des arischen Übermenschen, das die Nazis propagierten. Hitler und seine inneren Zirkel sahen die Möglichkeit, die SA zu entmachten und die moralische Legitimität für die Repression von Homosexuellen und politischen Gegnern zu gewinnen. Der Tod Röms wurde somit auch als ein Symbol für die strengere Kontrolle und das endgültige Reinigen der nationalsozialistischen Bewegung von allem betrachtet, was nicht dem Ideal eines geradlinigen, heteronormativen Mannes entsprach. Die Tötung des SA-Führers wurde oft als Verrat an einem Kameraden inszeniert, weil sie die illusionäre Einheit innerhalb der NSDAP zementieren sollte und zugleich die Macht des Regimes festigte, das keinen Platz für soziale Abweichungen zulassen wollte. Röms Hinrichtung während der Nacht der langen Messer verkörperte also nicht nur die brutale Justizpolitik der Nationalsozialisten, sondern auch den blinden Fanatismus, mit dem jede Abweichung von deren Ideologie verfolgt wurde. Dies war eine Ermahnung an alle, dass eine politische Größe, die nicht der nationalsozialistischen Vorstellung von Männlichkeit und Treue entsprach, brutal aus dem Weg geräumt würde. Der Fall Röhm steht als mahnendes Beispiel für die tödlichen Konsequenzen von Homophobie und gewaltsamen Machtkämpfen innerhalb totalitärer Regime. Die Nacht, die für Röhm das Ende seiner politischen Karriere und letztlich seines Lebens markierte, ist auch ein schreckliches Zeugnis der Gefahren, die im Schatten politischer Ideologien lauern. Ein dunkles Kapitel in der Geschichte, das die Schrecken einer gespaltenen Gesellschaft widerspiegelt. Die Beurteilung von Ernst Röhm und seiner Sexualität ist ein vielschichtiges Thema, das nicht nur die inneren Machtstrukturen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, NSDAP, beleuchtet, sondern auch tief verwurzelte gesellschaftliche Vorurteile und Normen der damaligen Zeit reflektiert. Röhm war eine zentrale Figur bei der Machtergreifung der Nazis und diente als Anführer der Sturmabteilung SA, die eine entscheidende Rolle in den frühen Jahren des Regimes spielte. Seine offensichtliche Homosexualität stellte jedoch einen bedeutenden Widerspruch zu den extremen nationalsozialistischen Idealen dar, die eine aggressive Form der Männlichkeit und Heteronormativität propagierten. Diese Komplexität der Beurteilung von Röhm zeigt, wie individuelle Identitäten sowohl durch persönliche Merkmale als auch durch die Machtspiele innerhalb einer politischen Bewegung geformt und letztlich zum Objekt gesellschaftlicher Auseinandersetzungen werden können. Röhm's äußere sexuelle Orientierung stellte ihn in den Augen vieler Nationalsozialisten in ein zwiespältiges Licht. Auf der einen Seite war er ein unerlässlicher Verbündeter Adolf Hitlers, auf der anderen Seite war seine Sexualität eine ständige Achse des Anstoßes und des Misstrauens. In der Tat begann sich die Haltung zur Homosexualität innerhalb der NSDAP zu ändern, als die Macht der SA zu bedrohlich für die etablierten Eliten schien. Das kulturelle Klima der frühen 1930er Jahre war noch von einer gewissen Toleranz geprägt, aber mit der Festigung des Regimes und der Eskalation repressiver Politiken wurde Röhm zunehmend isoliert. Seine Homosexualität wurde nicht nur als eine persönliche Präferenz wahrgenommen, sondern auch als ein potenzielles politisches Risiko. Diese Doppelbedeutung seiner Sexualität spiegelt das Spannungsfeld wieder, in dem Röhm agierte. Er war gezwungen, eine Identität zu navigieren, die sowohl seine Rolle als ältester Offizier und Stratege der SA als auch die gesellschaftlichen Erwartungen und Ideologien der nationalsozialistischen Führung berücksichtigen musste. Die Aufspaltung der Loyalitäten innerhalb der NSDAP machte die Beurteilung von Röhm noch komplizierter. Die SA, die von Röhm angeführt wurde, war eine kontroverse Macht auf der Straße, die oft von der Reichswehr und den konservativen Eliten als unkontrollierbar angesehen wurde. Hitlers zeitweilige Unterstützung für Röhm basierte oft auf pragmatischen Überlegungen. Er benötigte die SA, um die Macht zu sichern, während Hitlers Obsession mit der Kontrolle jeden Aspekt des Lebens in Deutschland zunehmend wirkmächtig wurde. Die potenziellen Skandale, die von Röhm's Homosexualität ausgehen konnten, wurden in diesem Kontext als potenzielle Bedrohung für die politische Stabilität des Regimes angesehen. Darüber hinaus kommt die gesellschaftliche Dimension in den Blick, in der Röhm lebte. Die sexuelle Orientierung von Röhm wurde sowohl durch öffentliche Vorurteile als auch durch gleichgeschlechtliche Beziehungen innerhalb seiner eigenen Kreise geprägt. Die gesamtgesellschaftliche Stimme jener Zeit war stark von heteronormativen Ansichten durchdrungen, die Homosexualität als abnormal und eine Bedrohung für das Familienideal betrachteten, welches das nationalsozialistische Regime propagierte. In einem politischen System, das sich stark auf das Erbe des Macho-Männertums und der dominanten moralischen Werte stützte, war Röhm nicht nur als politische Figur gesehen, sondern auch als Ziel solcher Vorurteile. Sein Schicksal zeigt, wie Individuen, die den gesellschaftlichen oder politischen Normen widersprachen, häufig Opfer von Machtkämpfen und Ideologien werden können. Die ambivalente Haltung, die Röhm innerhalb der NSDAP einnahm, sowie die dazugehörige sexuelle Orientierung, die ihm sowohl Macht als auch Anfeindung einbrachte, sind bezeichnend für die komplizierte Beziehung zwischen persönlicher Identität und politischer Zugehörigkeit. Letztlich verdeutlicht diese Kontroversität, dass Röhm nicht nur als Historienfigur zu begreifen ist, sondern auch als Symbol für die Art und Weise, wie individuelle Identitäten innerhalb repressiver Systeme manipuliert und beurteilt werden können. Sein Leben und Tod stehen exemplarisch für die Grausamkeiten eines Systems. Das politische Loyalität mit sexueller Identität verknüpfte und dabei sowohl die Komplexität der menschlichen Natur als auch die Absurdität von Ideologien ignorierte, die Abweichungen von der Norm nicht dulden konnten. So bleibt die Beurteilung von Röhm und seiner Sexualität nicht nur ein Zugang zu seiner eigenen Person, sondern auch ein Fenster in die ideologischen Abgründe des nationalsozialistischen Deutschlands, die den Menschen oft als Mittel zum Zweck in politischen Machtspielen betrachteten und sie aus der Verbindung von Macht, Sexualität und Ideologie herauszuentblößen suchten. Historische Quellen über Ernst Röhm sind in vielerlei Hinsicht widersprüchlich und die Sichtweisen auf sein Leben und seine Identität bleiben in der Forschung umstritten. Diese Widersprüchlichkeit ist vor allem auf die verschiedenen Perspektiven zurückzuführen, aus denen Röhm's Leben betrachtet wird. Einerseits ist er als einer der Hauptakteure der frühen nationalsozialistischen Bewegung bekannt, während andererseits seine persönliche sexuelle Orientierung und die damit verbundenen gesellschaftlichen Vorurteile in den Hintergrund gedrängt oder überinterpretiert werden können. Die Divergenzen in den Quellen sind nicht selten eine Reflexion der politischen Kontexte und Ideologien der jeweiligen Zeit. Was bedeutet, dass die historische Analyse von Röhm stets in einen breiteren Diskurs eingebettet ist. Die historische Darstellung von Röhm variiert nicht nur je nach Quelle, sondern auch je nach Historiker und deren Interpretation der Ereignisse. Die Berichterstattung über die NSDAP und ihre Führer wurde schon zu Lebzeiten Röhm's stark von den politischen Zielen und Ideologien beeinflusst. Während einige Zeitgenossen und Historiker Röhm als eine charismatische Führungsfigur in der SA darstellten, die entscheidend zur Machtergreifung der Nationalsozialisten beitrug, betonten andere seine Rolle als Bedrohung für die Stabilität des Regimes und sahen seine Homosexualität als potenziellen Skandal, der seiner politischen Karriere schaden könnte. Röhm selbst war es gewohnt, in verschiedenen Kreisen zu operieren und seine Identität je nach Kontext zu formen. Was seine Darstellung in den Quellen weiter kompliziert. Zusätzlich zur politischen Dimension kommt auch die gesellschaftliche Perspektive ins Spiel. Die gesellschaftlichen Normen und Werte der Zeit spiegeln sich in den Interpretationen seiner Sexualität wieder. Die Zurückhaltung oder die Offenheit, mit der seine Homosexualität in verschiedenen Quellen behandelt wird, zeigt, wie tief verwurzelt solche Vorurteile in der Gesellschaft waren und wie sie die Wahrnehmung von Individuen beeinflussten. In einer Zeit, in der Homosexualität kriminalisiert und stigmatisiert wurde, neigten viele Historiker dazu, Röhm entweder zu verteufeln oder seine Identität als nebensächlich zu betrachten. Was die Komplexität seines Charakters und seiner politischen Rolle nicht vollständig erfasst. Die meisten biografischen Arbeiten über Röhm variieren in der Auslegung seiner Ambivalenzen. Während einige Historiker die Sichtweise annehmen, dass Röhm authentisch und offen mit seiner Identität umging, sehen andere seine Homosexualität als Werkzeug seiner Machtausübung. Für viele Forscher wird Röhm somit zu einer Projektionsfläche, auf der die Spannungen zwischen persönlicher Identität und politischer Loyalität evident werden. Diese unterschiedlichen Interpretationen führen in der geschichtswissenschaftlichen Debatte oft zu weiteren Fragen über das Zusammenspiel von Macht, Sexualität und Repression im Dritten Reich. Die Quellenlage zu Röhm wird zusätzlich durch die Umstände seiner Hinrichtung während der Nacht der Langen Messer von 1934 erschwert. In diesem Kontext wurde er nicht zum Opfer eines machtpolitischen Spiels, sondern auch zum Ziel der Narrative, die seine politische Karriere und persönliche Identität umgarnen. Die Kürze und Brutalität seines Endes, symbolisiert durch die von den Nazis kontrollierte Erzählung, hat die Diskussion über Röhm noch weiter polarisiert. Manche Historiker sehen seine Hinrichtung als eine unvermeidliche Konsequenz seiner politischen Ambitionen, während andere argumentieren, dass sie das regressive und manipulative Wesen des nationalsozialistischen Regimes unterstreicht. Infolgedessen bleibt die historische Analyse von Röhm ein komplexes Unterfangen. Forscher müssen sich der Herausforderung stellen, eine Balance zu finden zwischen den ihm zugeschriebenen politischen Rollen und den vorherrschenden gesellschaftlichen Normen seiner Zeit. In einem breiteren Kontext wirft die Debatte über Röhm auch Fragen über andere historische Figuren auf, deren Identitäten und Rollen durch politische und soziale Ideologien geprägt wurden. Hier der übersetzte Text auf Deutsch. Während einige Historiker Röhm als eine tragische Figur von persönlichen Mut und inneren Konflikten ansehen, bewerten andere ihn als ein Produkt der extremen Ideologie, die zwar für eine gefährliche Ausgrenzung von Minderheiten stand, jedoch auch die eigenen Mitglieder nicht vor dem Schicksal bewahrte, das sie anderen auferlegten. Diese Komplexität, verdichtet in den Widersprüchen der historischen Quellen, macht die Beurteilung von Röhm und seiner Identität sowohl herausfordernd als auch bedeutend für das Verständnis der Mechanismen, die das nationalsozialistische Regime prägten. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.